Schon vor Buddhas Zeiten gehörten Wandermönche zur indischen Kultur. Durch den Buddhismus hat sich dieses Prinzip in ganz Asien verbreitet. Für buddhistische Mönche besteht die Übung im Empfangen, im Akzeptieren und Zufriedensein mit dem, was ihnen gegeben wird. Sei es in materieller Form oder durch das, was das Leben beschert. Jeden Morgen gehen sie aus ihren Klöstern in die umliegenden Dörfer und sammeln in ihren Bettelschalen das Essen für den Tag ein. Keine Tür bleibt verschlossen. Es ist jedem eine Ehre, den Mönchen etwas geben zu dürfen. Großzügiges Geben steht bei allem, was Buddha lehrt, am Anfang. Da er die Ursache für menschliches Leiden im zwanghaften, gierigen Raffen und Festhalten sieht, liegt die Heilung vom Leiden für ihn im Loslassen. Buddha lehrt, dass wir keine Schwierigkeiten haben wegen der Reichtümer, die wir besitzen, sondern wegen der Beziehung, die wir zu diesen Reichtümern haben. Weil wir die Welt aufteilen in mein und dein, geraten wir in Konflikte und Leiden. Weil wir uns so stark identifizieren mit den Dingen, die wir begehren, weil wir mehr auf Nehmen und Besitz vermehren eingestellt sind, als auf Loslassen und Miteinander teilen, deshalb geht es uns oft so schlecht. Wer gibt, lässt los. Im Geben überwinden wir die klebrigen Kräfte des Begehrens und Verwehrens. Großzügigkeit ist auch ein Gegengewicht für den Geist, der mit Ablehnung erfüllt ist. Formen des Gebens Man kann auf sehr unterschiedliche Weise großzügig sein, das muss ich nicht unbedingt in Geldsummen ausdrücken. Man kann freigebig umgehen mit Lob und Anerkennung, mit Zeit und Aufmerksamkeit. Letztlich geht es immer darum, einem anderen zu zeigen, ich sehe dich, ich respektiere dich, du bist mir wertvoll. Geben ist Ausdruck von Dankbarkeit, von natürlicher Anerkennung für Menschen, mit denen wir uns verbunden fühlen. Ein Gefühl, dass wir uns in jedem Moment des Tages in Erinnerung rufen können. Angesichts der Bedeutung, die großzügiges Loslassen im Buddhismus hat, ist es nicht verwunderlich, dass in den Schriften verschiedene Formen des Gebens beschrieben werden. Man unterscheidet Zögerndes von Geschwisterlichem und von Königlichem Geben. Der Zögerndgebende denkt sich, alles hat seinen Preis, wer den Cent nicht ehrt, Aber gut, ich riskiere es doch mal, ein paar Sachen auszuräumen. Schließlich steht der alte PC nur als Staubfänger herum. Ich könnte ihn zwar vielleicht noch brauchen, wenn der neue mal kaputt ist, aber da wird sich hoffentlich auch eine andere Lösung finden lassen. Also verschenke ich ihn. Geld kann ich dafür eh nicht mehr verlangen. Geschwister sind dazuweilen großzügiger miteinander. Es bleibt ja in der Familie. Geschwisterliches Geben bedeutet, mich an dem zu freuen, was ich habe und es gerne mit anderen brüderlich zu teilen. Ohne Berechnung, ohne zu überlegen, was es für Nutzen bringt oder was ich im Austausch dafür bekommen könnte. Ich habe ein Ferienhaus in Spanien, das ich nicht genügend nutzen kann. Mach dort bitte auch Urlaub. Der Königlichgebende aber freut sich so sehr am Glück der anderen, dass er vom Besten gibt, das er hat. Ihm ist die Freude der anderen wichtiger als der eigene Besitz. Spontan möchte er sein Glück mit allen teilen. Mir hat einmal, als ich zu Besuch in Kalifornien war, meine großzügige Gastgeberin ihren nagelneuen, mit weißen Ledersitzen gepolsterten Lexus für einen Monat zur Verfügung gestellt. Zuerst mochte ich die Staatskarosse kaum nutzen, weil ich Angst davor hatte, dass sie auch nur einen klitzekleinen Kratzer abbekommen könnte. Doch meine Gastgeberin blieb so gelassen, dass ich immer mehr Gefallen an dieser königlichen Großzügigkeit fand. Großzügigkeit ist der natürlichste äußere Ausdruck einer mitfühlenden und von liebender Güte bestimmten inneren Haltung. Wenn man den Wunsch hat, das Leid anderer zu lindern und etwas für ihr Wohlbefinden zu tun, ist Großzügigkeit im Handeln, Reden und Denken die Umsetzung dieses Wunsches in die Praxis. Es ist wichtig zu verstehen, dass mit Großzügigkeit nicht nur das bereitwillige Geben im materiellen Sinne gemeint ist, sondern eine Großzügigkeit des Herzens. Deshalb ist sie eng mit der Tugend der Versöhnlichkeit verbunden. Ohne Großzügigkeit des Herzens ist echtes Verzeihen nicht möglich. In Schriften des klassischen Buddhismus werden der Großzügigkeit vier Arten des Gebens zugeordnet. Erstens das Geben materieller Güter. Zweitens das Geben der Freiheit von Angst, womit gemeint ist, dass man anderen Schutz und Sicherheit bietet und ehrlich zu ihnen ist. Drittens das Geben von spirituellem Rat, wozu gehört, dass man anderen Trost, Anteilnahme und Beistand spendet, um ihr psychisches und emotionales Wohlbefinden zu fördern. Viertens das Geben von Liebe. Keine der vier Arten des Gebens, darüber müssen wir uns von vornherein im Klaren sein, sollte je in der Absicht erfolgen, uns bei anderen beliebt zu machen, sondern allein dem Wohl des Empfängers dienen. Wenn unsere Beweggründe beim Geben in irgendeiner Weise auf das eigene Wohl gerichtet sind, handeln wir nicht wirklich großzügig. In den klassischen buddhistischen Schriften wird auch darauf hingewiesen, dass jeder Akt der Großzügigkeit unser Urteilsvermögen fordert. So muss nicht nur sichergestellt sein, dass unsere Motive ehrlich sind, sondern uns muss auch bewusst sein, dass es Umstände gibt, unter denen es nicht angemessen ist, zu geben. Wenn das Gegebene beispielsweise unverhältnismäßig ist, oder wenn das Geben zum falschen Zeitpunkt erfolgt, kann es dem Empfänger mehr schaden als nutzen. Und natürlich gibt es bestimmte Dinge wie Gift oder Waffen, die ihrem Wesen nach nicht zum Schenken geeignet sind. Wenn das, was wir geben, mit hoher Wahrscheinlichkeit benutzt wird, um anderen Schaden zuzufügen, gebietet es der Grundsatz des Mitgefühls, dass wir auf das Geben verzichten. Außerdem müssen wir uns sicher sein, dass wir aus Achtung vor dem Empfänger geben und nicht aus einem Gefühl der Überlegenheit heraus. Echte Großzügigkeit wahrt die Würde des Empfängers. Die Würde des Echternes